Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz vorstellen, wie unser E-Learning funktioniert und aufgebaut ist und wie Sie sich damit einfach Wissen aneignen können. Und dazu müssen Sie sich über unsere Plattform einloggen. Sie verwenden dazu Ihre E-Mail-Adresse und Ihr selbst gewähltes Passwort. Und wenn Sie das Login bestätigt haben, gelangen Sie zu Ihrer Kursübersicht. Sie sehen in der Kursübersicht Ihre gewählten Kurse. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel das Paket für den Bürokaufmann bzw. die Bürokauffrau gekauft haben, dann haben wir hier die Basisfächer für diese Lehrabschlussprüfung und daneben auch den Kurs mit den Fachinhalten. Und wenn Sie jetzt einen dieser Kurse starten wollen, dann klicken Sie einfach auf das entsprechende Modul. Und da sehen Sie bereits die Übersicht über die einzelnen Kursmodule. Wir haben also zum Beispiel in den Basisfächern das Fach Wirtschaftskunde, kaufmännisches Rechnen, Buchführung und den PKO-Geschäftsfall. Und diese Module können Sie jetzt nach der Reihe nach oder auch parallel abarbeiten. Das heißt, Sie gehen einmal zum Beispiel in das Modul kaufmännisches Rechnen. Und in diesem Modul sehen Sie immer auf der linken Seite das Inhaltsverzeichnis und auf der rechten Seite das entsprechende Fenster, wo die Inhalte dargestellt werden. Das Inhaltsverzeichnis gibt Ihnen nun einen sehr klaren Überblick über die einzelnen Kapitel dieses Moduls, wobei Sie innerhalb der einzelnen Kapitel wiederum unterschiedliche Möglichkeiten haben, wie der Lehrstoff dargestellt wird, nämlich einerseits durch Videos, durch entsprechende Texte, wo Sie also Textinformationen dazu erhalten, als auch zum Beispiel die Übungen. Es gibt hier auch noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel das Lernspiel oder der Selbsttest, wo Sie dann einen Test durchführen können, wie weit Ihr Lernfortschritt auch tatsächlich für Sie ist. Und Sie haben hier dann die Möglichkeit, auch jeden beliebigen Unterpunkt jederzeit unabhängig von der Kursabfolge zu starten. Sie können das aber auch, indem Sie einfach hier den Kurs starten, einfach der Reihe nach durcharbeiten oder eben beliebig die einzelnen Kapitel auswählen. Wie sieht nun so ein Kapitel konkret aus? Sie können sich hier zum Beispiel, gehen wir einmal hier in eine untere Lektion, zum Beispiel bei den Arten der Prozentrechnung, Sie wollen einmal wissen, welche Arten von Prozentrechnungen gibt es, dann können Sie hier einmal die reine Textinformation dazu erhalten und Sie sehen sofort auf der rechten Seite die entsprechende Information mit Grafiken, Texten und so weiter, wie es eben gerade sich ideal anbietet. Eine weitere Möglichkeit ist das Video. Bei einem Video, so wie zum Beispiel bleiben wir in diesem Kapitel, haben wir ein Video, wie man eine Prozentrechnung von 100 durchführt. Das heißt, in diesem Video ist genau erklärt, wie so eine Rechnung durchzuführen ist. Wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie also hier, beginnt ein Video zu laufen. Dieses Video ist zum Beispiel in der Form gemacht, dass hier eine Folienpräsentation ablauft, weil es sich für diese Art von Erklärungen am besten eignet. Wenn wir hier zum Beispiel im Video einen Schritt weiter nach vor gehen, dann sehen Sie also, es gibt dann auch ein Übungsbeispiel, wo Ihnen Schritt für Schritt erklärt wird, wie man so ein Beispiel lösen kann. Man kann das Ganze natürlich auch über den gesamten Bildschirm sich ansehen und es wird hier einfach Schritt für Schritt erklärt. Sie hören jetzt natürlich keinen Ton. Hier wird natürlich dazu gesprochen, um das Ganze zu erläutern. Und Sie lernen Schritt für Schritt, wie so ein Beispiel zu lösen ist. Und wenn Sie hier also weiter vor gehen, dann sehen Sie also, das geht dann so lange, bis eben entsprechend eine Lösung des Beispieles angezeigt wird. Und wenn Sie das Video fertig angesehen haben, dann können Sie hier wieder zurück wechseln und entweder mit einer Übung das Ganze wiederholen oder zum nächsten Video weitergehen. Sehen wir uns dazu auch vielleicht noch gleich eine Übung an. Das heißt, wenn Sie jetzt das Video gesehen haben, dann könnte ich hier fortfahren mit der Übung zur Prozentrechnung von 100. Und da finden Sie eben Übungsaufgaben, wo Ihnen eine Aufgabenstellung gestellt wird. Sie das ausrechnen können und dann das entsprechend richtige Ergebnis auswählen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Händler verkaufte, einen Mixer um 855 Euro, er gewährt 8% Rabatt. Wie viel muss ein Stammkunde nun für den Mixer bezahlen? Und wenn ich hier also ein Ergebnis auswähle, nehmen wir hier dieses Ergebnis, dann kann ich hier die Antworten überprüfen und ich sehe, ich habe also hier das richtige Ergebnis ausgewählt. Es wird auch unten immer eine ausführliche Lösung angezeigt. Das heißt, auch wenn Sie diese Antwort jetzt falsch gegeben hätten, sehen Sie unten sofort, wie es richtig gelöst gehört. So sind also zum Beispiel Übungen aufgebaut. Es gibt hier auch wieder unterschiedlichste Möglichkeiten mit Lückentexten, mit Lernbildern und so weiter, wie eben dann eine Übung erfolgen kann. Sie haben natürlich von jeder Ebene aus immer die Möglichkeit, zur Grundkursübersicht wieder zurückzukehren, indem Sie hier oben auf Meine Kurse klicken und dann sehen Sie die Übersicht über Ihre gebuchten Kurse. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ein anderes Modul des Basispaketes durchnehmen wollen oder eben auch hier fortsetzen, dann können Sie das jederzeit über diesen Menüpunkt machen. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit einen guten Überblick über unser E-Learning-System gegeben und Sie können sich nun besser vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Lehrabschluss. Vielen Dank.